Ich hab' mich immer belegt. Gestern konntest du dich an nichts erinnern? Da gibt es sich ja alles ein. Von vorne. Erstmal hab ich den Geist mit weg gemacht. Halt auf die Tolle! Halt auf die Tolle! Hachim hat er nicht statt, als der Mann plötzlich da stand. Da hat er ihn erst hingegeben. Hört auf mit dem Quatsch, dann ruft die Polizei. Das ist doch ok. Das ist doch ok. Ich hab' einen Awurf. Halt ist ausgestiegen und natürlich hat er sich hingesetzt. Er macht ein Foto von uns zu, dass er still wird. Ich hoffe, dass er das Foto wieder löscht. Er kann doch nicht einfach ohne zu fragen ein Foto von uns machen. Ja, ja. Hat es ihn für unser Herr...